Hallo zusammen, dritter und letzter Tag der CS 2018 hier in Las Vegas. Hinter uns die Nordhalle. In diese Halle gehen wir heute noch. Dort haben wir zuerst ein Meeting mit dem CEO von MyKmi. MyKmi ist ein ganz spezielles Produkt. Das ist ein Mikrofon, das über Bluetooth mit einem Mojo Equipment verbunden wird und so einen ganz speziellen Sound generieren kann. Kommen wir mit! Das wäre es gewesen von der CS 2018 hier aus Las Vegas. Die hier hinten sind nicht etwa Schneemannen. Es sind Angestellte von Google. Google Home, Sprachassistent. Das war ein riesiges Thema im Kampf gegen Alexa. Das war einer der Beiträge, die wir euch zeigen haben. Ganz viele andere. Abrufbar auf tpcinnovation.ch auf CS 2018. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss zusammen!